Niemand ist gottgleich. Das ist auch der Gesang von Mose, hier im zweiten Buch Mose, Kapitel 15. Und wenn man hier so sitzt, in unserem kleinen Saal hier und man kann irgendwie nicht so richtig rausgucken und draußen ist ja auch dunkel. Und hier sind so ein paar weiße Wände, so ein paar Holzstühle, ein paar Menschen sitzen hier und in alten Zeiten haben die Christen riesige, große Kathedralen gebaut, um diese Herrlichkeit Gottes auch ein Stück wiederzuspiegeln in den Bauwerken, die sie gebaut haben, um vielleicht auch ein bisschen etwas davon zu spüren. Einfach so am Raum, an der Akustik, an dem Licht, was dann einfällt durch diese Kirchenfenster. Aber Jesus sagt, daran liegt es nicht, an den Orten liegt es nicht. Wenn du Gott anbeten willst, dann musst du es im Geist und in der Wahrheit tun. Du brauchst den Heiligen Geist. Ohne den Geist Gottes kannst du Gott nicht anbeten. Dann kannst du ein Lied singen, dann kannst du Musik machen. Du kannst auch prächtige Bauwerke bauen und dich daran erfreuen. Aber Gott anbeten kannst du nur im Heiligen Geist. Das ist die Art und Weise, wie Gott angebetet werden möchte im Geist und in der Wahrheit. Er möchte nicht angebetet werden oder will nicht Lobpreis hören, der aus dem Fleisch ist. Der irgendein anderes Ziel hat als die Verherrlichung Gottes. Er möchte nicht irgendeinen Lobpreis hören, der geheuchelt ist. Gott liebt diejenigen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wir wissen als schwache, fehlbare Menschen, dass es bei uns nie so richtig so ist. Es ist immer irgendwie vermischt. Aber wir wissen auch als Kinder Gottes, dass Jesus im Geist und in der Wahrheit den Vater angebetet hat durch seine Lieder, die er gesungen hat, durch seine Gebete, die er gesprochen hat und durch sein ganzes Leben in Aufrichtigkeit und Wahrheit durchsichtig, klar, vorm Vater gelebt, völlig im Einklang mit dem Vater, mit seinem Willen, im Gehorsam gegenüber ihm. So war sein ganzes Leben ein Lied, ein Lobpreis, ein Lobgesang, Anbetung bis hin zur Hingabe am Kreuz. Und unser Lob ist eigentlich nur eine Reaktion auf diese vollkommene Anbetung des Sohnes. Wir werden hineingenommen durch seine Rettungstat, dadurch, dass wir uns in ihn vertiefen, dadurch, dass sein Geist in uns jubelt über das, was geschehen ist, was vollbracht ist. Er ist unser Lied. Jesus, unser Retter. Und so haben die Israeliten, so hat Mose mit den Israeliten zusammen dieses Lied gesungen über ihren Rettergott. Und wenn wir das aufschlagen in Jesaja 9 vielleicht zum Einstieg, Da steht in Vers 5, es ist ja bald Weihnachten, Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ein Kind ist uns geboren. Manche von uns haben das schon erlebt, miterlebt. Bei manchen steht es kurz bevor. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Ein besonderer Moment. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesus ist dieses Kind, dieser Sohn, der geboren ist. Und einer seiner Namen ist hier starker Gott. Oder auch Gott Held. Er ist unser Superheld. Er ist der starke Held. Und das ist dieses Rettungslied, das ist dieses Erlebnis, dieses starken Rettergottes. Es ist die Reaktion der Dankbarkeit, der Freude, aber auch der Ehrfurcht vor diesem starken Gott, der das getan hat, der dieses riesige Heer des Pharaos, der mächtigsten Nation, der mächtigsten Militärmacht ausgelöst hat. Und wir gehen nochmal hinein in dieses Lied. Wir fangen mal an, von vorne nochmal. Wir haben die ersten drei Verse uns ja auch schon angeschaut. Da gehen wir so ein bisschen drüber hinweg. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Dieses hier ein individuelles Lobpreislied, wie wir das gesehen haben, auch bei den Passafest, bei den Anweisungen zum Passafest, finden wir beides. Wir finden auf der einen Seite diese Hinwendung Gottes zu dem Kollektiv seines Volkes. Es gilt dem ganzen Volk, allen. Und das ist eigentlich die vorherrschende Art und Weise, wie Gott uns Menschen sieht. Er sieht uns als die große Familie, als das große Volk. Und das zeigt sich darin, dass er kollektiv uns betrachtet als seine Braut. Und seine Gemeinde ist seine Braut. Auch das Volk Israel hat er damals oft durch die Propheten als seine Frau, seine Ehefrau bezeichnet. Nicht der Einzelne, sondern das Ganze. Alle gehören zusammen und bilden eine Einheit. Und diese Einheit hat Gott errettet, erlöst. Und alle, dieses ganze Volk soll dieses Fest feiern, in Erinnerung daran, was Gott getan hat. Aber es ist auch ganz individuell. Dieses Heil ist etwas, was jedem Einzelnen gilt. So hat Gott die Israeliten beauftragt, dass sie beim Fest ihren Kindern sagen sollen, der Herr hat mich aus dem Sklavenhaus gerettet. Mit starker Hand. Er ist mein Retter. So haben wir es auch gesehen für das Neue Testament. Jesus hat gesagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Für euch. Für euch alle. Für meine Gemeinde. Für meine Braut. Für euch. Christi Leib. Christi Leib für euch gegeben. Christi Blut für euch vergossen. Aber wir kennen im Neuen Testament auch die individuelle Eineignung des Heils. Ja, es geht auch Gott um mich, Einzelnen, um mich persönlich. Das wird heutzutage sehr stark betont immer. Ja, das Heil gilt dir ganz persönlich. Jesus hat dich persönlich am Kreuz von Golgatha gerettet. Er hat sein Leben für dich alleine gegeben. Er hat dich im Blick und hat es für dich getan, um dich zu retten, um dir seine Liebe zu zeigen, um dich mit deinem Schöpfer zu versöhnen, um dich zu einem Kind Gottes zu machen. Er hat es für dich getan. Aber er hat es nicht nur für dich getan, sondern er hat es auch für alle anderen getan. Für seinen ganzen Leib. Und so geht es hier in diesem Lobpreislied auch. Hier fängt Mose an zu singen und er singt individuell, ganz persönlich. Er geht vom Persönlichen ins Allgemeine. Ich will dem Herrn singen. Ich will es tun. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das Loblied Gottes singen. Vielleicht tut es sonst kein anderer. Wir müssen vielleicht in den Riss treten. Sonst macht keiner den Mund auf. Alle haben Angst. Alle haben irgendwie Furcht. Nein, ich will ihn preisen. Wenn es sonst keiner tut, dann will ich es tun. Warum? Weil er würdig ist, gepriesen und angebetet zu werden. Und wenn wir es nicht tun, dann werden die Steine schreien. Als Kinder Gottes, als Erlöste, sollten wir wie Mose sagen, ich will den Herrn preisen. Wisst ihr, wir wollen so vieles. Ich will dies, ich will das. Aber es ist unser Wunsch, es ist unser Wille, dem Herrn zu singen, ihn zu preisen. So sollte es sein. Er sollte unser Loblied sein. Er sollte das sein, wovon wir unseren Freunden vorschwärmen. Es gibt ja so, manchmal sitzt du mit deinen Freunden zusammen und dann schwärmst du denen was vor. Von dem neuesten Film, den du geschaut hast. Von dem neuesten Buch, was du gelesen hast. Von dem neuesten Video, YouTube-Video, was du gesehen hast. Und schickst es gleich weiter per WhatsApp an deine Freunde. So läuft es doch. Wir preisen das, was wir rumschicken. Wir verbreiten das. Das ist Lobpreis. Aber Gott soll mein Loblied sein. Ich will mehr und mehr lernen, ihn in den Mittelpunkt meines Lobes zu stellen. Denn er ist würdig. Denn er ist meine Rettung geworden. Er ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Das gebührt einem Gott. Wenn Jesus wirklich dein Herr ist, dann sollte er der Gegenstand, der Mittelpunkt deiner Lobgesänge sein, deines Lobpreises. Ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, und ich will ihn erheben. Jetzt kommen hier weitere Strophen, will ich das mal so nennen. Man kann das nicht so ganz genau erkennen, aber es sind hier mehrere Abschnitte, wo es eigentlich nach einem ähnlichen Prinzip geht. Es wird ein allgemeiner Lobpreis angestimmt auf Gott, auf seine Stärke, auf seine Macht. Und dann wird konkret erzählt von dem, woran man das festmachen kann. An dem, was Mose und die Israeliten gerade erlebt haben. An ganz konkreten Dingen, die Gott tut. Wisst ihr, das eine ist, Gott zu loben und zu preisen, aber das andere ist, das konkret auch mal zu benennen. Was hat er denn getan? In meinem Leben, in deinem Leben. Es ist nicht einfach nur bei den Allgemeinplätzen zu lassen, sondern konkret zu werden. Auch im Lobpreis. Im Gebet ist das auch wichtig, Geschwister. Wir beten manchmal ganz allgemein und ganz richtig und ganz fromm. Aber wir bleiben so unkonkret und bauen uns dadurch eine kleine Hintertür, weil wir denken, naja, wenn wir zu konkret beten, dann erhört Gott möglicherweise unser Gebet nicht und dann stehen wir ja irgendwie doof da oder Gott steht irgendwie doof da oder was weiß ich, was wir da so denken innerlich. Nein, wir sollen ganz konkret beten. Wir können das auch. Wir dürfen das auch. Gott möchte das. Und Gott freut sich auch, wenn wir die Dinge beim Namen nennen, die guten Dinge, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Zähle es auf. Erzähle davon. Und das macht hier Mose. Der Herr ist ein Kriegsheld. Vers 3. Jahwe, sein Name. Haben wir letztes Mal schon betrachtet. Ein Mann des Krieges. Die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf er ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie. Sie fuhren in die Tiefen wie ein Stein. Und das sind doch Szenen aus einem Superheldenfilm, oder? Da steht einer auf und er wirft ein ganzes Heer ins Meer. Eine ganze Streitmacht kann es nicht mit ihm aufnehmen. Er wirft sie einfach ins Meer. Mose ist begeistert darüber. Was für eine Macht, was für eine Kraft. Aber nicht nur das, sondern eine Macht, die er einsetzt, gegen die Unterdrücker, gegen die Mächtigen, gegen die Finsternis. Und für die Bedrängten, für die Unterdrückten, für die Sklaven setzt er diese Macht ein, um zu retten. Und das ist doch irgendwie was, was unsere Welt bis heute irgendwie fasziniert. Wie gesagt, diese Superhelden, meistens geht es doch genau darum. Da tritt einer ein für die Gerechtigkeit, um zu retten, gegen die Bösen, gegen die Bösewichter. Gott hat es getan. Und es ist nicht Fiction. Es ist Real Life. Es ist die Realität. Und das ist alles nur Abklatsch. Der ganze Superheldenkram ist nur Abklatsch. Billiger Abklatsch. Von dem, was wirklich passiert ist, was der eine, der starke Held, der starke Gott getan hat. Hier geht es weiter mit der nächsten Strophe sozusagen. Hier ab Vers 6. Deine rechte, Herr, ist herrlich in Kraft. Deine rechte, Herr, zerschmettert den Feind. Jetzt konzentriert sich Moses auf die Hand Gottes, die rechte Hand Gottes. Boah, wenn ich mir das angucke, diese Muckis. Herr, das ist unbeschreiblich. Herrlich. Was bist du für ein Kerl? Und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt los deine Zornesglut. Sie verzehrt sie wie Strohstoppeln. Ja, als diejenigen, die durch diese Macht gerettet wurden, kann man dieses Loblied singen, oder? Wehe, wenn du Gott zum Gegner hast. Und sag, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist mächtig. Man sollte ihn sich nicht zum Feind machen. Nein, man sollte sich ihn zum Freund machen. Und wisst ihr, ich fand das mal ganz interessant, es gibt ja dieses Wort aus Matthäus 5, einige dich mit deinem Gegner, solange du auf dem Weg bist. Das findet man auch im Lukas-Evangelium. In Kapitel, oh man. Jetzt wird es kriminell. Mal sehen, ob ich es finde. Ich habe es mir nicht notiert. Man findet die Geschichte auch im Lukas-Evangelium. Und Kapitel. Na, Jörg, komm. Ja, Vers 12. Kapitel 12. Kapitel 12. Entschuldigung. Kapitel 12, Vers 57. Warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was Recht ist, sagt Jesus. Denn wenn du mit deinem Gegner vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppt und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Was bedeutet diese Geschichte? Ist es eine Lehre darüber, wie man miteinander umgehen soll? In Matthäus 5 tatsächlich. Jesus hat diese kurze Geschichte sozusagen, dieses Gleichnis kann man es gar nicht nennen, ein Beispiel, hat er tatsächlich in Bezug darauf gegeben, wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollen. Aber dahinter steht eigentlich etwas anderes. Hier in diesem Kontext wird es noch viel klarer, dass Jesus das hier tatsächlich auch als Gleichnis gemeint hat. Dass es bei diesem Gang zum Richter auch um unseren Gang zu unserem Richter geht. Und dass es wichtig ist, dass du loskommst von dem, der dich anklägt. Dass du dich von deinem Gegner, dass du von ihm loskommst, dass er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppt. Es ist so wichtig, dass wir Gott nicht begegnen als Richter. Jesus ist gekommen, damit wir nicht ins Gericht kommen, sondern dass wir gerettet werden von dem Gericht, was auf uns zukommt. Der Pharao und seine Soldaten, sie sind in ein schweres Gericht hineingeraten. Gott hat sie gerichtet. Sie haben nicht gehört. Immer wieder hat Gott ihnen durch Mose gesagt, kehre doch um. Damit dich dieses Gericht nicht trifft. Aber er hat nicht gehört. Und Gott warnt auch uns. Warnt die Menschen heute. Sieh zu, dass du loskommst. Sieh zu, dass du gerettet wirst. Sieh zu, dass du dich versöhnst mit deinem Schöpfer. Seine Hand ist ausgestreckt. Die Möglichkeit ist da. Noch sind wir auf dem Weg. Noch sind wir nicht da angekommen. Und wie wir eben sehen, ist Gott ein mächtiger, ein starker Gott. Und er ist mächtig und stark gegenüber seinen Feinden. Zurück zu 2. Mose 15. Vers 8. Da wird wieder konkret die Situation aufgegriffen. Beim Schnauben deiner Nase türmte sich das Wasser. Die Strömungen standen wie ein Damm. Die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Das Schnauben der Nase ist so ein typischer Ausdruck für Zorn. Muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie was dabei nicht irgendwas rauskommt. Eine heiße Nase. Auf jeden Fall diese Zornesglut erschnaubt damit aus. Und durch dieses Schnauben kommt der der Wind heraus, der das Wasser zurückweichen lässt. Die Strömungen standen wie ein Damm. die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Es sprach der Feind, ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute. Es sättige sich an ihnen meine Gier. Ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. Ich finde das schön, wie Mose das hier so schön beschreibt. Sehr lebendig. ich jage nach, ich hole ein, verteile die Beute. Es sättige sich an ihnen meine Gier. Ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. Kein Wort von dem Gegner, mit dem er es zu tun hat. Du bliesest mit deinem Atem, das Meer bedeckte sie, sie versanken wie Blei in gewaltigen Wassern. Gott hat nur so gepustet, hat sie umgepustet. Nächste Strophe. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend? Das ist der Lobpreis schlechthin. Es gibt niemanden wie du. Keiner ist dir zu vergleichen. Unvergleichlich. Wenn du irgendwie das beste Handy suchst, dann gibt es ja immer diese Vergleiche und dann musst du immer abwägen. Naja, hier ist das eine Modell besser als das andere und hier auf diesem Gebiet ist wieder das andere Modell besser als das eine. Welches soll ich jetzt nehmen? Die sind ja beide ganz gut, aber sie haben so beide ihre Fehler. Nächstes Jahr werden Wahlen sein, dann werden wir Politiker wählen, die vielleicht dann den neuen Kanzler oder die neue Kanzlerin hin und her, hin und her, wer wird es werden? Und dann musst du wählen zwischen verschiedenen Personen und der eine hat das ganz gut drauf, die eine Partei macht das ganz gut, aber das ist wieder Mist und bei der Partei, da ist das vielleicht ganz gut, aber da ist dann das andere wieder Mist und so haben wir die Qual der Wahl, weil wir in dieser Welt mit nichts vollkommenem zu tun haben. Aber Moses begeistert, er sagt, wer ist dir gleich unter den Göttern Herr, wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, Wundertun, es gibt keinen wie du, es gibt keinen wie unseren Gott. Und dann wird er wieder konkret, erzählt er wieder, du streckst es aus, deine Rechte, die Erde verschlangen sie. Jetzt kommt er auch mal auf die Israeliten. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst hast, es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Hier geht Mose eigentlich auf etwas ein, was eigentlich erst noch kommen wird. Es ist prophetische Rede. Mose sieht eigentlich das, was jetzt alles noch kommen wird. Er beschreibt das, was passiert ist, aber jetzt zeigt Gott ihm durch den Heiligen Geist etwas, was noch kommen wird. Das Volk, es ist erlöst aus seiner Gnade heraus, aber es ist auch geleitet, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, wie Gott sie geführt und geleitet hat, wie ein Hirte seine Schafherde. Und dann steht hier zu deiner heiligen Wohnung hin. Das wird noch weiter unten nochmal aufgegriffen werden. Die heilige Wohnung ist zuallererst erstmal der Ort, wo Mose Gott begegnet war und wo Gott gesagt hatte, hierher werde ich euch hinbringen. Das soll das Zeichen sein. Ich werde euch zu mir holen. Aber dann steht auch, dass sie dort, wo sie dann waren, an dem Ort, an dem Berg Sinai, dass Gott ihnen dann aufgetragen hat, ein Heiligtum zu errichten. Eine heilige Wohnung, ein Zelt, mitten im Volk Israel. Ja, ich will mitten unter euch wohnen. Das soll meine Wohnung sein. Ein Zelt, so wie ihr Zelte habt, möchte ich auch ein Zelt haben, mit euch umherziehen. Später dann hat er dem Volk Israel gesagt, es wird ein Heiligtum geben, ein festes Heiligtum in dem neuen Land, wo ich euch hinbringe, an der Stätte, die ich erwählen werde. Und das hat er dann später durch David und Salomo getan. Und dort entstand dann der Tempel, als die Wohnung, die heilige Wohnung Gottes. Also Gott führt sein Volk zu seiner heiligen Wohnung. Gott sagt, komm doch mit. Jesus hat gesagt, als die Jünger, die ersten Jünger ihn getroffen haben und Johannes hat auf ihn gezeigt und hat gesagt, guck mal, das ist das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt trägt. Und die sind ganz perplex und gehen ihm hinterher. Philippus ist es noch und Andreas. Und sie gehen hinterher, tapern ihm da so hinterher und Jesus dreht sich um und sagt, was wollt ihr? Rabbi, wir wollen wissen, wo du wohnst. Kommt, guck dir das an, ich zeige es euch. Jesus möchte gerne uns dorthin bringen, wo er wohnt. Er möchte, dass wir dort wohnen, wo er wohnt. Gott macht sich auf und möchte in der Mitte seines Volkes wohnen, aber in Wirklichkeit ist es erstmal so, dass er sie zu sich bringt. Aus dem Sklavenhaus in Ägypten zieht er sie raus, er rettet sie heraus aus der Gefangenschaft und führt sie an den Ort, wo er wohnt. Und dann dürfen wir mit ihm wohnen, bei ihm wohnen, mit ihm sein und er ist bei uns. Aber ich finde es wichtig, wir hören viel davon im christlichen Umfeld dass Gott mit uns ist und das ist auch wahr. Gott ist mit uns. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Der Heilige Geist hat Wohnung in uns genommen. Jetzt sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in unserer Mitte. Er wohnt in unserem Körper. krass. Die heilige Wohnung, das bist du. Das sind wir. Aber es ist auch wahr, er hat uns dahin gezogen, er hat uns rausgezogen, sodass wir überhaupt seine heilige Wohnung sein können. Er hat uns gereinigt in seiner Stärke, durch seine Stärke hat er uns erlöst, in seiner Gnade hat er uns geleitet, zu seiner heiligen Wohnung. Es hörten es die Völker, sie bebten, Angst ergriff Philisteas Bewohner, da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs, Zittern ergriff sie, es verzagten alle Bewohner Kanahans, es überfiel sie Schrecken und Furcht vor der Größe deines Arms wurden sie stumm wie ein Stein, während hindurch zog dein Volk her, während hindurch zog das Volk, das du erworben hast. Das spricht von der Angst der Kanahaneer, man liest das dann in Joshua, Anfang vom Buch Joshua, als die Späher nach Jericho kommen und dann mit der Hure Rab ins Gespräch kommen und sie sagt, Rab sagt, ja, wir haben alle Angst hier vor euch. Jidro, der Schwiegervater von Mose, er besucht auf dem Weg Mose und das Volk Israel und er sagt, wir haben gehört von all diesen wunderbaren Dingen, die da passiert sind, erzähl mir mal mehr davon und dann erzählt Mose wieder davon und Jidro ist auch völlig außer sich und sagt, das ist ja großartig, das ist Wahnsinn, es gibt kein Gott wie euer Gott, wie der Gott Israels. Aber dann steht hier wie so eine Klammer, ja, diese Völker, sie sind alle in Angst und Schrecken, aber dein Volk zog hindurch. Das Volk, das du erworben hast, Gott hat es sich erworben, es ist sein Volk. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils, die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Ja, das blickt voraus auf all das, was ich gerade gesagt habe, das Heiligtum, was gebaut wird, das Heiligtum, was dann in Jerusalem steht, das Heiligtum, was er mit seinen Händen gemacht hat, auch das geistliche Heiligtum, denn schon in 2. Mose 25, als Gott das Heiligtum in Auftrag gibt, dass sie das bauen sollen, sagt er, nach dem Urbild, was ich dir zeigen werde, in Hebräer wird uns dann gezeigt, dass das Heiligtum eigentlich ein geistliches Heiligtum ist, was nicht mit menschlichen Händen gemacht ist. Es ist das Heiligtum, das deine Hände bereitet haben, sagt Mose. Jetzt kommt der letzte Vers sozusagen, eigentlich nochmal eine Zusammenfassung dessen, was passiert ist, aber als allgemeiner Lobpreisspruch für diese letzte Strophe ist dieser kurze Satz, der Herr ist König auf immer und ewig. Der Herr ist König und eigentlich ist das hier ein Verb, der Herr regiert, der Herr herrscht, Yahweh regiert als König und das ist im Grunde dieser Ausruf und es ist eigentlich derselbe Ausruf, den Jesus ausgerufen hat. Als er gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe. Da steht eigentlich, das Königreich Gottes ist nahe. Die Tatsache, dass Gott regiert als König, steht kurz bevor. Es ist dir ganz nahe. als einer der Pharisäer ihm gut geantwortet hatte auf die Frage nach dem höchsten Gebot, als er gezeigt hat, dass er begriffen hat, dass das Größte und Höchste, was Gott gebietet, was Gott auf dem Herzen hat, was ihm am wichtigsten ist, dass es die Liebe ist. Die Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten. Da hat Jesus gesagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist nahe bei dir. Zum Greifen nahe. Und hier verkündet Mose, der Herr ist König. Jetzt ist es getan. Du hast uns erlöst. Du hast uns befreit von dem Feind. Jetzt sind wir dein. Wir gehören dir. Du hast dich uns zu eigen gemacht und du bist jetzt unser Hirte. Du bist unser König und du wirst es für immer bleiben. Der Herr ist König. Darum geht es. Wenn wir am Ende Jesus sehen auf dem weißen Pferd, wenn er wiederkommt, aus sichtbar auf die Erde mit seiner Gemeinde und mit allen Engeln, wenn er auf die Erde kommt, um Gericht zu halten und die Herrschaft anzutreten, dann kommt er als der König der Könige. Er kommt, um zu regieren tausend Jahre und es ist die Herrschaft Gottes, der Sohn regiert. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist der starke Gott. er regiert. Er ist der König. Ich finde das wichtig, dass wir uns diese biblische Perspektive auf das Heil, dass wir uns das zurückgewinnen. Unsere Vorstellung von der Rettung ist oft so stark individualistisch so stark auf uns selbst bezogen. Das ewige Leben. Ich habe dann das ewige Leben. Es geht Gott um was ganz anderes. Es geht darum, dass er regiert über alles. Dass der gute Vater, der Schöpfer aller Dinge, dass er tatsächlich alles durchdringt und alle Feinde zum Schemel der Füße des Christus gemacht werden. Dass Christus regiert der Sohn mit dem Vater zusammen und alle die, die er erlöst hat, die er rettet hat, mit ihm zusammen. Weil er allein gut ist, weil er allein Gott ist, gebührt ihm diese Position. Er soll König sein und die Herrschaft Gottes, die Königsherrschaft Gottes, sie beginnt bei mir, wenn ich es zulasse, dass er mein König wird. Das ist eigentlich die Erlösung, dass ich frei werde von dem Fürst dieser Welt, dem Sklavenhalter und einen neuen König habe. So ist es hier bei Israel in Ägypten und so ist es auch im Neuen Testament, im Neuen Bund. Jesus Christus steht in Römer 14 Vers 9 Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrscht, sowohl über Tote als auch Überlebende. Dafür ist Jesus gestorben und auferstanden, dass er herrscht, dass er der Christus ist, der Christus heißt, der Gesalbte, der König. Dafür ist er gestorben und auferstanden, dass er tatsächlich herrscht, Überlebende und Tote. und da kommt die Königsherrschaft Gottes nahe, ja sie fängt schon an, wenn ich ihn in meinem Herzen als meinen König annehme und ihm diesen Ehrenplatz gebe und ihm gehorche und ihm folge, dann wird schon etwas sichtbar in dieser Welt von der Königsherrschaft Gottes, weil sie in mir Gestalt gewinnt und in mir und durch mich hindurch in diese Welt hinein wirkt. Da wird sichtbar an meinem Leben, dass die Herrschaft des Satans gebrochen ist. Und wie wird es sichtbar? Nochmal, es geht am Ende darum, dass der König, der Könige, der die Liebe in Person ist, der seine Herrschaft darin gezeigt hat, dass er für mich und für uns alle, für uns Sünder gestorben ist, sein Leben hingegeben hat, dass er regiert, dass die Liebe regiert. Wie Paulus sagt, wenn ich alles könnte, wenn ich alles drauf hätte, alles religiöse, alles fromme, alles obergeistliche, auch alles diakonische wirken, alles, die Armenfürsorge und alles, alles soziale, alles humanistische, wenn ich das alles drauf hätte und ich hätte diese Liebe nicht, es ist nichts, es bringt nichts, vergebene Mühe. Aber wenn ich die Liebe habe, wenn ich, wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen ist, mein Herz, wenn Jesus mein König geworden ist und die Liebe mich regiert, dann hat die Königsherrschaft Gottes in mir angefangen, dann bin ich schon schon da, dann bin ich schon im Reich Gottes, dann bin ich schon ein Teil des neuen Reiches, dann fängt die Königsherrschaft an in mir und durch mich auch in dieser Welt. Der Herr ist König auf immer und ewig, das ist unser Jubelruf. Der Herr ist mein König für immer und ewig. Der Herr ist unser König und der Herr ist König über die Erde und über das ganze Weltall, über das ganze Universum. Er ist der Herr, er ist der Herrscher und er wird regieren und das ist das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Er hat gesagt, dein Reich komme, das soll unsere Sehnsucht sein, dein Reich komme, deine Herrschaft, deine Herrschaft der Liebe. Und er endet dieses Lied, wie gesagt, nochmal mit der Zusammenfassung, denn als die Pferde des Pharao mit seinen Wagen und seinen Reitern ins Meer gezogen waren, hat der Herr das Wasser des Meeres über sie zurück kehren lassen. Aber die Söhne Israel sind auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. Hier wieder der Unterschied. Das sind die Feinde Gottes, die Feinde, die hinterher waren, hinter dem armen Volk Israel, um sie zu jagen, um sie einzufangen, um sie zurück zu bringen in die Sklaverei. Und Gott hat sein Volk durch das Meer hindurch gehen lassen und auf dem selben Weg, wo sie gegangen sind und in die Feinde Gottes gegangen und sind vernichtet worden. Und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tambourin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tambourinen und in Reigentänzen und Miriam sang ihnen zu, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf ins Meer. Mose sagt, ich will singen dem Herrn. Miriam sagt, so kommt, Leute, singt dem Herrn. Sehr, sehr, also, wie soll man das sagen, das würden wir Deutsche würden das immer als sehr distanzüberschreitend würden wir das hier bezeichnen. Also, das finde ich jetzt ein bisschen aufdringlich. Kannst du das nicht irgendwie anders formulieren? Also, wenn ihr gerne möchtet, dann könnt ihr gerne mal mitsingen, wenn wir den Herrn jetzt preisen. Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ihm gebührt es. Lasst uns das tun, wenn wir jetzt das Abendmahl austeilen, dann lasst uns ihm ein Loblied singen. Vielen Dank.